Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem Text von Udo Hahn mit dem Titel Offener Himmel heißt es In dieser Nacht öffnet sich der Himmel, um für immer offen zu bleiben. In dieser Nacht berührt der Himmel die Erde, um sie für immer zu verwandeln. In dieser Nacht ist Gott Mensch geworden, um sich auf ewig mit uns zu verbinden. In dieser Nacht ist alles anders. Für einen Augenblick hält die Welt den Atem an. Einsame und verzweifelte, enttäuschte und unzufriedene, starke und selbstsichere, erfolgreiche und glückliche staunen über das Kind in der Krippe. Gott wird Mensch. Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest in diesem Corona-Jahr 2020. Alles Gute, Gottes Segen, dass das Kind in der Krippe Sie trotzdem erfreuen kann, dass Jesus unser Herr im Leben ist und im Tod. Nochmals alles Gute und ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017